Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tales of Arise. Ja, wir gehen erst mal für den Lor zum Bauernhof. Mein Vieh ist nämlich erwachsen geworden mit einer Maus. So, wir werden Vieh aufziehen und zwar Schweinlinchen. So, jetzt ist der Lor befriedigt und wir können vielleicht eine Waffe schmieden. Ach, tatsächlich. Wir können ja tatsächlich eine Mülle Waffe schmieden. Wie hässlich sind das denn? Renéia Historia. Oh Gott, ist das alles teuer. Oh Gott. Renéia Scaladius. Okay. Wir bräuchten noch... Wir bräuchten noch einiges an Geld. Das ist aber nicht viel, was wir da bekommen haben. Äh... Ach ja. Ah, ich glaube, das wird nix. Wir können nur noch eins hoch machen. Hm. Äh... Abbrechen. Wir werden jetzt mal rasten und dann gehen wir nochmal zum Dohalim in die Bibliothek. Wir haben jetzt wieder ein Buch gekauft von der, äh, für die Rinvel. Der verletzte Unsterbliche. Das war's für mich. Ich weiß nicht. 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 Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Das istramentell? Das sind es ... Nein ... remember ... ist das ... wir haben unsere erste Brecken, die ich mit ihr bef favorite das Laufen wehrhyben ihnen zu tun. ... 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 Das ist alles gut. Es ist viel zu machen, und es ist besser zu machen, und es ist gut für die Leute. Ich würde es nicht mehr so machen. Wir machen das gleich mal. Das ist das, ich könnte es später noch mal. Ich kann mich nicht mehr so machen. Ich glaube, das ist immer noch, dass ich mich so mache. Ich habe das immer, als ich noch. Ich habe das immer, als ich mich da. Das ist dann noch immer besser. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will mich ausruhen. Ich will aber nur die anderen... Was? Ich will... 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 Okay... Ich will... 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 Mist... Okay... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Okay... Ich will... Ja... Gucken wir mal... Ob das jetzt okay ist mit unserem Buch... Weil das ist wahrscheinlich das letzte Buch, das wir bekommen... René'sche Buch... Ja... Bibi wackelt wieder auf seinem... Tisch... So... Geradeaus ist die Bibliothek... Das ärgert mich jetzt natürlich ein bisschen... Also ich meine, wenn ich kämpfe, kann ich natürlich auch noch die ganzen anderen Viecher umbringen... Und wenn ich level, dann geht das natürlich leichter. Und wenn ich level und dann immer wieder ins Bett gehe, dann kann ich natürlich auch die anderen Gespräche führen. Wie hättet ihr es denn gerne? Bringt mir rund so viele Bücher wie möglich. Ich werde hier sein und sie mit Erspannung erwarten. Hä, wir haben doch das übelste Buch. Okay, sie wollte nicht das übelste Buch haben. Blöde Kuh. So, kriegt sie halt kein Buch mehr. Wir haben jetzt das Rhenäische Dingsbumsbuch und das will sie nicht haben. Ja, wenn wir nämlich jetzt leveln gehen, dann vergehen die Tage, dann können wir mit jedem an einem Blagerfeuer reden. Und dann werden wir stärker, dann können wir die ganzen großen Viecher umbringen und dann kriegen wir wahrscheinlich noch mehr Sequenzen und dann können wir erst zum Ende gehen. Das wäre mein Traum, ehrlich gesagt. Aber ich will natürlich auch nicht, dass es für euch langweilig wird. Außer Reichweite. Also, ich weiß nicht, dass ich mich nicht so gut fühle, weil ich mich nicht so gut fühle. Das war die und ich habe mich nicht vergessen. Ich habe mich komplett nur ein Mensch. Aber ein Mensch? Das ist... Ich habe mich nicht so fühlt, was ich nicht so fühlt. Es ist okay. Es ist ein anderes. Aber ich kann nicht auf den Sion. Ich kann nicht auf die Arbeit. Ich kann nicht auf die Arbeit. Ich kann nicht auf die Arfein. Danke. Ja, war hier nicht irgendwo diese Trainingshalle? Wieso willst du mit uns reden? Was geht den Lennigis vor sich? Ich habe von all dem noch nie was gehört. Geht das unseren Brüdern im Inneren gut? Ich wünschte, wir könnten sie irgendwie kontaktieren. Wissen die halt, dass ich in Lennigis bin oder was? Goldstaubmiezen Willkommen im Übungsgelände Gruppenkampf Angriffsheilkräuter Ja, ich sehe in euren Augen, dass sich euer Training auszahlt, aber genau jetzt könnt ihr euch nicht leisten, leichtsinnig zu werden. Jetzt zeigt mir, dass die ganze Stärke, die ihr euch erarbeitet habt, ernst zu nehmen ist. Ey, ich habe voll das Vieh umgebracht, das ist voll einfach jetzt. Hier überhaupt nix. Der Kontext des Lebens siamo 전에 nachdenken. Gegenruppe Ich sehe, es brauchen die Beheralde eu ein Sticker Auch kriebende leald Ab until ihr Was Nice! Oh nein! Das ist so gut, okay? Ja, das ist gut. Okay. Das war's. Das ist der Wahnsinn. Ich war so fasziniert von eurem Tanzkampf, dass ich mal meinen Schreibtisch in zwei Teile zerlegt habe. Es mag in Windeseile vorüber gewesen sein, aber jede Sekunde des Kampfes war faszinierend. Wenn ich mich nicht irre, ist dies euer erster Sieg hier. Nun zur Feier. Oh, Lavendel, danke. Rosmarin, danke. Kamille, danke. Schön, danke. Okay, das schaffen wir wahrscheinlich schon nicht, glaube ich. Entfohlen ist Level 60. Und hier 50. So, Lavendel, ein Kraut, das Angriff erstellt, wenn man es benutzt. Ein Elementarangriff. Äh. So, hätten wir das. Wir haben noch sehr wenig Geld, das ist sehr schade. Okay. Ist es jetzt draußen schon dunkel? Nee, natürlich nicht. Schade eigentlich. Wir haben doch aber so schön gekämpft. Was soll das? Glaubst du, es gibt noch eine Revolte? Leben wir bald wieder als Sklaven? Ich habe keine Ahnung, was hier geschieht, aber ich werde nicht zulassen, dass es so weit kommt. Ich schwöre, den Frieden für alle Einwohner Minantias zu bewahren. Okay. Okay. Das ist echt voll schön, ey. Die Rollstaubkatzenfrau. Oh. Was macht denn ihr da? Ich verstehe nicht, was die beiden da tun. An sich will ich nur rasten. Nein, ich will mit den anderen reden. Kann ich mit den anderen reden? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Oh Mann, ich bin sehr unglücklich gerade. Ja, also, wir können das ja mal so machen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr es gerne hättet. Jetzt soll man noch ein bisschen leveln gehen und dann am Lagerfeuer mit den anderen Gruppenmitgliedern soll man so lange reden, bis man auch mit denen ganz, ganz schlimme Freundschaft hat und die anderen besiegen. Oder sollen wir direkt dann die Hauptstory weiterverfolgen? Also, wenn ich das jetzt überschneiden sollte, ich muss mich sowieso erstmal vorkämpfen und selbst wenn ihr dann sagt, ja, nee, wir machen das anders, dann kann ich ja noch zurückgehen. Das ist ja gar kein Problem. Also, schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie ihr es gerne hättet. Also, ansonsten entscheide ich das. Okay, also, hat deinen schönen Tag, bleibt gesund und. Was haben wir überhaupt heute? Donnerstag, oder? Wenn ihr wissen möchtet, was so auf meinem Kanal dieses Jahr los sein wird, dann könnt ihr gerne mal in meinem neuen Video vorbeischauen. Das findet ihr unter Allgemeines in der Playlist oder auf meiner Startseite, wenn ihr schon länger abonniert habt. Da müsst ihr eigentlich auch oben aufploppen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Ansonsten, habt eine schöne Zeit und bis dann. Tschüss! Tschüss!